Einen wunderschönen, da bin ich euch schon wieder, euer Odin und immer noch in der Wohnung von meiner Frau. Und wir wollen die Badewanne aufbauen und zwar das Badeset, ne die Badestation. Den Namen kann ich von hier aus nicht lesen. Links packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Roto. Was? Roto. Roto? Mhm. Frau sagt Roto, die ist näher am Karton dran. Und das wollen wir jetzt aufbauen. Ich hatte es ja schon ausgepackt, das Video werde ich euch in die Videobeschreibung tun. So, dann haben wir hier, ach, hast du was zum Lesen, Hasi? Ja. Oh, guck mal hier, Hasi, da hast du ja Rutsch. Anti-Rutsch. Anti-Rutsch. Und hier ist der Stöpsel und die ist viel größer als unsere, die normale, aber hier schön verengt für die Füße, ist ja geil. Okay, also das ist die Badewanne. Aber das Video ist noch nicht vorbei, weil das ist ja mehr damit bei. Wir haben, ja, dann hier noch dieses, das kommt um die Badewanne rum, das packe ich jetzt erstmal aus und dann müssen wir das zusammenpriemeln und da bin ich mal gespannt, wie das Funktion nuckelt. Ach, hier ist so eine Anleitung. Also, was für meine Frau. Ich schmeiß das nicht rum, Hasi. So, fangen wir mal hier, nochmal so ein Ding, was ist denn das? Ach, das ist irgendwie die Schräge oder so. Und hier ist der Schlauch, hier ist ein Schlauch mit bei, das ist für dich, Hasi. Also Anleitung und so, das ist immer für meine Frau. Und dann haben wir noch Füße. Die Füße lasse ich aber noch da drüben, die brauchen wir jetzt nicht. Ich räume euch jetzt mal hier ein Stück rüber und mache euch mal nach unten. Ach, Juna guckt sich schon den Karton an mit von ihrer neuen Badewanne, die kann sich nämlich schon zur Seite drehen und grinst, ja, da wirst du heute drin gebadet. Ja, da strampelst du, ich weiß. So, jetzt müssen wir gucken. Der Schlauch, den packen wir mal aus. Da haben wir hier einmal einen Schlauch drin. Und ich muss sagen, echt die Qualität, wenn man die so vergleicht mit der Billigwanne, die ich vorher gekauft hatte, also die ich gekauft hatte, dann merkt man schon am Material, da ist ein himmelweiter Unterschied. Das biegt sich nicht so leicht durch. So, hier steht noch was erklärt und das, achso, das soll man reinschrauben. Achso, okay. Okay, haben wir denn auch was zum Schrauben? Ach, das war mein Handy jetzt schon wieder. So, dann, bevor wir den Schlauch machen, müssen wir jetzt hier erstmal ringsherum was befestigen und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier am besten hinkriegen. Kommt das, achso, das kommt hier oben, achso, okay, gut, so, ah, alles klar, alles klar und dann muss hier noch, okay, ah, also so an sich ist das echt kinderleicht. Ja, wir müssen, brauchen aber jetzt noch diese beiden Stangen, die hier zusammengedienst sind, so, mit Klebeband, ist doch nicht. So, jetzt habe ich nämlich auf einen Blick gesehen, dass wir das brauchen. So, kann man immer noch abmachen, weil bei den ganzen Rohren haben vier halt unten Plaste für den Boden und hier sind zwei auf der Seite so ein Haken und auf der anderen Seite auch. Das kommt dann nämlich, denke ich mal, wenn wir das hier zusammen klicken, achso, warte mal, ich nehme jetzt mal die Seite raus am besten, also die Wanne oben ab, so, dann klicken wir das hier so rein, zack und ist schon eingerastet, auf der anderen Seite machen wir das genauso. Das Plaste ist ein bisschen Stor logischerweise, also da macht sich das dann halt besser, wenn ihr jemanden mit dabei habt, aber ich kriege das auch so hin. So, achso, ich hätte jetzt mal lieber erstmal eh eine, ah ja, jetzt habe ich einen logischen Fehler drin gehabt, meine Frau freut sich, meine Tochter freut sich auch. So, jetzt müssen wir das nämlich hier auf der Seite doch nochmal abmachen. Da können wir ja Gott sei Dank einfach reindrücken und wieder rausziehen. und dann nehmen wir hier einfach einmal, machen wir ein bisschen rein, auf der anderen Seite auch eindrücken und ein bisschen rein und dann können wir hier nämlich das runterziehen. Was ist denn los, Hasi? So, einmal drin. Habt ihr gehört, wie es gefloppt hat? Ach Gott. So, hier hat es jetzt. Oh, hier floppt. So, und da haben wir das jetzt hier. Jetzt lass mir das Mikrofon abhören. Und da haben wir das jetzt hier schon, das Grundgestell. Und ich habe gerade was gesehen, also für die Leute, die wenig Platz haben, die sind auch richtig geil. Man braucht die, ich habe eigentlich eher so die, am Anfang so die Angst gehabt, ja, wenn du die jetzt klein machst und in der Wanne räumst, wenn die denn auf den Beben ist, dann steht die ja die ganze Zeit in der Wanne, die sieht ja auch kacke aus. Und wenn du halt nicht so viel Platz hast oder wenn du die sowieso so in der kleineren Position hast, was machst du mit den Stangen? Wo sollst du damit hin? Die kannst du hier unten reinklicken, kannst du auch die Folie drum lassen. Für die Leute, die es nicht brauchen oder nur ganz selten brauchen, die Füße. Es gibt ja auch welche, die einfach den Platz haben und das einfach aufgebaut lassen und in eine Ecke stellen. Also zu den Leuten irgendwie nicht, wir haben den Platz nicht. So. Ist ja geil. Und dann steht das, sieht das so aus. Wir haben hier die Stangen jetzt drin, ich kann euch die mal von der Seite zeigen. Hier. Die kann man auch jederzeit jetzt rausnehmen, die werden nur reingeklickt. Und dann kann man sie hier rein machen. Oder hier unten besser gesagt, zeige ich euch das mal. Und da habt ihr zwei verschiedene Höhen. Also hier unten sind dann, wie hier zum Einrasten, sind hier zwei Löcher drin. Und da habt ihr dann zwei verschiedene Höhen. Ist ja geil. So. Und jetzt habt ihr hier eine Ablage für euren...ja, nicht für dich. Die Ablage ist nicht für dich, du kommst in die Wanne. So, ich mach das mal so, dann seht ihr das ein bisschen besser. Dann habt ihr hier Ablage für Seife und das Waschzeug. Hier könnt ihr euren Lappen. Hier habt ihr dann noch ein Runden. Wenn ihr jetzt, was weiß ich, aus der Drogerie irgendwas habt, was in einer runden Flasche ist, könnt ihr das da drin machen. Oder Spielzeug. Und nicht nur da. Ich drehe es einfach mal um. Hier sieht es genauso gleich aus. Wir haben hier wieder ein rundes. Wir haben dieses etwas dreieckige. Und das andere Feld, wo auch so hergeriffelt hier drin ist. So. Wir sind aber noch nicht fertig. So. Die kommt dann einfach rauf. Die ist hier auch, wie ihr seht, fest. Also da kann auch nichts. Braucht ihr keine Angst haben, dass die dann irgendwie zur Seite rutscht oder irgendwas. Die ist fest. Jetzt wollen wir aber noch. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr das in der Wanne habt, einfach so den Stöpsel immer raus machen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen ja nicht den Stöpsel immer wieder raus machen. Wir werden den in eine Wanne stellen, war Hase. Aber erhöht. Und hier mit dem Schlauch, den können wir dann unten ran machen. Und dann, selbst wenn es neben der Wanne steht, können wir den dann halt zum Beispiel in eine Wanne rin machen. So. Ich zeig euch das mal. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt hier draußen steht die Wanne. So. Also hier ist die Badewanne und hier ist dann das Kinderding. So. Und dann Schlauch einfach in eine Wanne rin. Wasser läuft ab. So. Und das wird ganz einfach befestigt. Das kommt hier unten ran. Hier unten ist auch so eine Dichtung. Hier oben. Ja. Dann kommt die Dichtung davor oder da unter. Kommt die oben drauf oder drunter? Och. Oben drauf, Hase. Die Dichtung. Also da muss ich dann wirklich mal sicherheitshalber nachlesen. Steht da was von Dichtung? Oder ist das hier vielleicht mit bei? Ach, hier ist er mit bei. Äh. Das unten ran. Das drauf. Ach, die Dichtung auf das Schraubding. Ah, okay. Alles klar. Ich hab's. Die Dichtung kommt auf dieses Schraubding. Und dann brauchen wir das hier einfach nur reinschrauben. So. Ich mach mal so, dass ihr das so ein bisschen besser seht. Können wir dann halt auch von der Seite schrauben. Och, hier juckt die Nase. Moment. So. Macht nicht zu fest, weil ist ein Plastikwindel. Nach fest kommt ab. So. Ja, du wirst da drin heute gebadet, Hase. So. Und dann haben wir ja hier noch diesen Stöpsel. Der war auch mit bei. Weil der andere, der ist ja natürlich für ein großes Loch, der vorher drin war. Und hier haben wir jetzt ein kleineres Loch. Und das ist dafür. Und den machen wir dann da einfach drauf. So. Bumm. Fertig. Dann haben wir jetzt hier noch so ein Ding. Äh. Kriegt man das auch ab ohne? Ne. Man muss das kaputt machen. So. Das ist ein Badewanneinsatz. Top Extra. Und Top. Achso. Das gibt verschiedene Wannen. Einmal Top Extra Modell. Das ist das mit dem 2x Anti-Russschutz. Und dann gibt es nur Top. Da ist nur einmal so ein Ding. Und das ist für beide. So, Hase. Kannst du das mal lesen, wie das dann eingebaut wird? Ja. Oh, mir ist gerade der Schweiß ins Auge gelaufen. Hier ist ein Saugnapf dran. Muss das denn hier einfach nur eingehakt werden und ein Saugnapf dran oder was? Ja. Und so steht es hier auch. Aha. Aber. Wie hält denn das dann da? Achso. Das muss hier. Achso. Ja. Ach guck mal. Ich zeig euch das mal. Wir haben das jetzt halt jetzt so. Dadurch, dass wir jetzt den Einsatz dran haben. Der wird hier oben eingehakt. Hier unten ist der mit dem Saugnapf dran. Und hier ist auch ein Anti-Russschutz. Das ist halt für die Kinder. Also nicht für unsere jetzt gerade. Moment. Weil die ist jetzt noch nicht vier Monate. Für die größeren Kinder fünf, sechs Monate. So in dem Dreh. Die können dann hier drauf. Hochkant. Obwohl, ne Hase. Guck mal. Hier ist so für die Füße. Das ist für dich dann halt. Kannst du hier die Füße links und rechts machen. Das müssen wir dann testen auf jeden Fall. Aber die Verarbeitung ist erste Sahne. Rein nur so vom ersten angucken. Meine Frau ist auch schon begeistert. Die sitzt auch schon da drüben und grinst und freut sich, dass ihr heute nach dem Baden nicht der Rücken weh tut. Tat immer doll weh, der Rücken war. Ja, du lachst auch. Denn du bist aber im Badevideo denn nicht drin. Du bist da nicht drin. Ja und dann. Och Gott. Ich hab extra von meiner Tochter mir ein Kuscheltier geholt, um euch das vorzuführen. So. Das ist ein Kind. Also nicht Bär. Bär ist jetzt ein Kind. So. Und dann könnt ihr das, wenn es größer ist. So. Und dann kann man hier links und rechts die Beine. Bis jetzt haben wir das immer halt so gemacht. In unserer Wanne in der Badewanne. Also ich kann jetzt hier nah ran gehen. Aber normalerweise hast du hier eine Begrenzung. Dann sind wir von hier auf Knien und beugen uns so über die Wanne. Meine Frau hält dann praktisch hier den Arm, hier das Kind. Und dann den Arm so festgehalten. Und dann ist sie dann mit dem Kind da so drinnen. So. Und dann waschen. Über die Badewanne. Das geht in den Rücken. Und hier haben wir jetzt in der Höhe machen können. Und ja. Da bin ich jetzt schon mal begeistert. Ich zeig euch auch mal wie hoch das jetzt ist, wenn wir das jetzt hier komplett aufbauen. Weil wenn wir schon dabei sind. So. Da können wir uns das jetzt hier einfach mal hier. Hier ist auch so ein Haken dran am Schlauch. Den könnt ihr dann an der Seite festmachen, damit der nicht die ganze Zeit rum baumelt. So. Dann können wir das hier schon mal rein machen. Ich passe auf, was hinter mir ist. Du brauchst keine Angst haben. Ich mache dir nichts kaputt. Ich weiß. Das sage ich immer. Und dann geht irgendwas kaputt. Doch hier. Zack. Einmal ist drin. So. So. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Am Anfang ist es so ein bisschen storrisch. Wie so ein storrischer Esel. Aber wenn du dann hier drüber hinweg bist, über diesen Anfangspunkt, geht es ganz gut. So. Jetzt drehen wir uns das einfach mal um. So. 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 Oh Gott. Also mit zwei Mann macht sich das denn ein Stück besser, Leute. So. Und wie gesagt, das ist jetzt hier am Anfang so ein bisschen doof. Aber wenn es dann hier über so einen bestimmten Punkt hinaus ist, wird das wirklich ganz easy. Und wie fällt dir die Höhe? Ich muss mir eins mal dazu hinstellen. So. Alles ist besser als über sie. So. 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 Ich gehe mal noch ein Stück zurück, dann könnt ihr das jetzt noch ein bisschen besser sehen. Hoppala. So. Und den Schlauch, ist ja auch doof, wenn der hier irgendwo ist die ganze Zeit, den kann man irgendwo einhaken. Auf den Bildern war auch irgendwas zu sehen, wo man den einhakt, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Ah, hier. Zack. Juntschen, was ist denn los? So, jetzt hole ich euch doch mal ein bisschen näher ran. Mein Mikrofon versagt nämlich auf die Entfernung. So. Und ich muss sagen, das ist selbst für mich, wenn ich jetzt hier dran stehe, extrem angenehm. die Höhe, bumm, kannst du schön sauber machen, die kleine. Herrlich. Also auch für Leute 1,80 groß, super. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Und die werden wir heute auf jeden Fall einweihen. Wann, mein Schatzi? Machen wir heute Badibadi? Badibadi? Müsste eigentlich auch in die Wanne passen oder so, das werde ich nachher dann gleich mal testen. So. Dann soll es das jetzt soweit zum Wannenvideo auch gewesen sein. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich werde später dann in der Kinderecke noch ein Fazitvideo dazu machen und euch sagen, wie das erste Mal Baden damit war und ob was zufrieden war und was positiv uns aufgefallen ist, was negativ, falls was negativ sein sollte. Also alles, was uns so auffällt. Ich bin dann jetzt weg. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.